Ich zeige euch, wie die größten YouTuber wie LaserLuca, Paluten, German Let's Play und Trimax Brawl Stars spielen. Als erstes haben wir Trimax. Trimax hat schon ziemlich viele Brawl Stars Videos hochgeladen und hier sehen wir mal, wie er einen legendären gezogen hat. Ja, das ist sie. Als nächstes kommen wir zu Paluten. Er hat nur einmal Brawl Stars gespielt und hier sehen wir, wie er in Showdown rasiert hat. Okay, wo ist die Person? Oh, wo ist denn mal mein Ultimate? Genau, ah ja, sehr gut. LaterLuca hat schon ziemlich viel Brawl Stars gespielt, zum Beispiel auch ein Opening Battle mit mir und hier sehen wir seine Reaktion auf Mac. 100 Grad. Okay. Ich hab... Äh... German Let's Play hat bisher nur einmal Brawl Stars gespielt. Wir schauen mal an, wie er rasiert hat. Ich hab doppelt so viel Leben wieder. Einmal drauf. Ich greif, ich greif sie an. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja. Hm. Bis zum nächsten Mal.